So, was war der Plan, der nächste? Ähm, ach ja, unten lang, ne? Oder links denn da, wenn wir da links können? Okay. Hm, hab ich gespeichert? Weiß es nicht. No. In der Bauer. Hm, hm. 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 So, down, down we go. To the Abyss. Oh. Hier. Ähm. Echt so? Hier runter. Den hab ich nicht gesehen jetzt heute. Ah jetzt verstehe ich wo die Viecher herkommen. Das sind einfach nur... Ausgeburt in der Hölle. Zombies. Wollte ich nicht hin. Egal wir speichern hier. Oh, komm hier, der Kollege. Hier, hier. Quirrell. Hallo, hallo. What a thrill it is to find such warm comfort amidst the Den of Beasts. This is a ferocious place, no doubt. Supposedly, there is a village deep in the Warren. Its inhabitants never accepted Hollow Nest's king. Why not join me for a time? These waters do wander. We're relaxed. Und hier. Diese Wasserquellen sind schön. Muss man mal. Ne? Diese Wasserquellen sind schön. Und hier. Welcher von denen wird resurrected? Der hier. Und hier. Und hin. Und durch. Und nach oben wollen wir glaub ich jetzt nicht ist. Weißt du? Ja erstmal. Runter und dann. Äh. Und jetzt können wir den bestimmt besser besiegen. Den einen da. Den hier. Wann ist der nicht hier gewesen? Ja. Geht doch. In dem Raum können wir auch noch oben. Und aber eher schon mal hier. Hier noch oben. Ich bin noch links. Die hier zu hoch. Nein. Ich bin noch lange nicht hoch genug. Oh hier können wir sogar ganz easy durch. Ich dachte. Kommt da irgendwas. Oder irgendwas was uns behindert. Eigentlich schon jetzt mal Boden? Nein. Ich bin noch lange keine Raupe mehr gefunden. Der aus. Hier würden die Fängnissen befreien können. Oh nein. Das sind Bosse. Ah. Hm. Geist. Okay. Wir gucken erst mal weiter. Bevor wir den Gei. Gehen wollen. So eine nervige Strecke. Aha. Also wir nochmal. Kämpfen wollen. Oder was. Ich meine eigentlich hier. Werben. Und dann. Bank laufen. Ach. Wir könnten oben lang. Uns oben die Bank sichern. Und nochmal zur Bank gehen. Haben wir sowohl die Karte verzeichnet. als auch. Direkt einen kürzeren Weg. Machen wir glaube ich mal. Nicht auf jeden Fall. Ein voll. So. Der Boden der ein sonst. Nö. Kade. Der Boden. HabЯt. Der Boden. Der. Der gibt's... Der Boden. Der Boden. Er heisst. So, die extra Leben sind damit super weg. Die können wir uns ja noch mal holen, wenn wir da sind. Vielleicht, vielleicht ist er wieder da. So. The Bench. Come back. Back on track. To the final boss. Sehr real. The final boss is... And you get the concept, don't you? Werden kämpfen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Oh Gott, das ist... Nicht gut. What? Oh. Oh. Aber draufhauen sollte es eigentlich fast reichen, glaube ich. Dachte ich mir jedenfalls, aber ist nicht so. Oh Gott, diese Bettina, was ist das? Oh. Oh. 300? Bitte 300. Unbelievable, unbelievable, I'm defeated at last. So this is what it feels like to be bested. Still though I'm strong, am I not? When you see your king, surely you tell him I'm a valour. Yes, he sent you here to test me, didn't he? I knew he had a forgotten Brave Galleon. He had not forgotten Brave Galleon. I'm ready to join you now, brothers. You and I let us sleep. 300, 300, 300 sind es bestimmt nicht. 300, okay. Aber ein nicer Fight. Okay, wir können jetzt noch ganz rechts da hoch, Richtung Fungal Wastes oder unten in der Mitte ist auch noch. Sagen wir gehen kurz nochmal zur Bank, um unser Life zu replenischen. Ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Geld machen sollen, ganz ehrlich. Sim. Sehr schön. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir ganz nach unten in die Mitte da. So. Würde es also mal der Weg geben. Ich will nur mal kurz gucken. Hier ist ja dann scheinbar auch noch dieses Tor, ne? Ich will jetzt nicht durchkommen. Okay. Nein, hier ist nicht mal ein Tor. Boah, richtig, aber... Boah, richtig, aber... Boah, nicht. Boah, nicht. Ich will nur dem ganzen Geld, ganz ehrlich. Ich will nur den ganzen Geld, ganz ehrlich. So. Leben brauche ich gerade. Na gut. Weiter. So, weiter. Oh Gott, war das knapp. Ich habe mich schon tot gesehen. Achso. Ich bin. No, na gut. Mhm. 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 Ich muss sagen, wann fallen sie denn rund? Ich hab genug Geld. Okay, hier oben. Haben wir, ach das haben wir schon mal versucht, oder? Okay, hier oben. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist ja keine Bank. Ist ja keine Bank. Okay, dann kann ich aber woanders eine Bank kurz. Nur kurz die Starrooms oder wo auch immer hin.